Heyo Leute und herzlich willkommen zu PORTEL Ja und wir machen hier ganz gechillt weiter Die Tür hier kann ich nicht öffnen, leider Gottes Aber ich kann dann nicht Willst du mich veräppeln? Hey, so ein Jockel, ich muss doch irgendwie da rüber kommen Hier, hä? Äh, ich kann hier nicht runterlatschen, doch jetzt geht's So, äh, schade Wie komme ich denn da rüber? Eventuell doch mit dieser Art Ähm Ja, gut Muss ja irgendwie da rüber kommen Und da geht nichts Ach, wenn ich das so mach Und so Jopp, so geht's Yo, yo, ho Wir wüten hier, wow Rande, alle Bum Okay Können wir das Nice Haha, 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 haha So geil Wo führt uns das Ganze nur hin? Kann ich hier Bang Vandale Was ist das? Da kann nichts passieren Hä? Wie geht's denn hier weiter? Wow, jetzt bin ich hier Wir sind in die falsche Richtung gelaufen You say don't Ne Geht's hier weiter? Werden wir auf jeden Fall gleich sehen Da ist Nord Da geht's weiter Nach unten Ja, schön Alles schön und gut Jetzt bin ich hier wieder Aber was bringt mir das Ah, da So Ich bin auf der Rohr Ist da unten was Besonderes? Irgendwie ja nicht Deswegen Möchte ich da hoch Von da möchte ich Da komm ich nicht Was soll das? Ich muss da rüber Ach so Und Yay Wow Wie ein Flummi Wie ein Flummi Ja, ja, ja Hallo, ist da jemand? Lol Hä? Äh, was bringt mir das Ah, ich hab ne Idee Ne hammergeile Idee Aber ob das funktioniert Ist die andere Frage Warte Es geht, es haut hin Passt auf Äh Nur mal so zur Anmerkung Ich hab das Spiel noch nicht gespielt Aber Den zweiten Teil Und da Äh Ja, nehm ich einiges mit Sagen wir es mal Hat es geklappt? Ne, das Teil muss Achso, warte Scheiße Nehmen wir mal hier So ein bisschen was mit So Jetzt haben wir hier ein paar Sachen liegen Na So Das werfen wir da jetzt rein Hä? Geht's jetzt nicht kaputt Muss ich da reinspringen Wow Tut tut Hahaha Nice Oh oh Na Oh oh Äh Äh Jo Oh oh Okay Ich bin ein Q Okay Der Test ist vorbei Gewonnen Gehen Sie zum Rückgabekomplex Zu Ihrem Kuchen Der Test war toll Und wir sind beeindruckt Von Ihrer Leistung Das war's Kommen Sie zurück Äh Wie denn? Das heißt so doof Darunter Richtig Oh je Der Kuchen ist angeschnitten Ich hab gesagt Sie sollen warten Aber Sie wollten nicht Es ist aber noch Das Den Weg machen Äh Was soll ich denn Jetzt hier machen Ah 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 Jawohl Au Was soll denn das jetzt Miesti 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 Geht das? Kommt da Ne Das geht nicht Ah Dann machen wir's hier So Dann können wir nämlich Hier an die Seite Gut zu wissen Au So Jetzt werde ich hier hochgefahren Ah Und das kann ich Moment Ich hab's gerafft So Oh 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 Hallo Aber jetzt Ne 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 Es geht nicht Ja 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 Ich bin drauf Lol Ist das krass Dieses Spiel Ich liebe es Irgendwie Ähm Ja Ja Los Bin ich wieder hier Hätte auch einfach außenrum latschen können Richtig Ja Nein 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 Ich hab's versaut Ich hab's versaut So Ah ne Hab's nicht Nochmal hier So Es fährt dieses Teil dann nämlich ein Ich kann nicht damit Latschen Ich würd mal sagen Wir haben's Blöd drauf Auf geht's Auf geht's Auf geht's So Harte dann ja Nja Bin ich da Wo ich sein sollte Hier ist das Äh So Wo Scheiße Ähm Ah warte Geht's nicht weiter Ja Na Was soll denn das Yo 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 Es lädt Es lädt irgendwas Oh nein Was erwartet uns nun Ich bin ja mal echt gespannt Was mich Ist die falsche Richtung Ja und Wo wollen sie denn hin Ich glaube nicht Dass sie wissen Wohin sie gehen müssen Hallo Ah das zerquetscht mich ja Oh ne Nicht ganz Wo Wo Wie kann ich Hallo Da war ne Leiter Ich wollte da hoch Äh Ne Scheiße Okay Diesmal klappt es Diesmal klappt es Diesmal muss es eigentlich klappen Ähm Nein Ich hab Ich hab nämlich ne Idee Wie das klappen Könnte Scheiße Kann ich da oben Das geht Äh Aber nicht so Aber ich kann von da unten Dann durch Das heißt wir machen das ganz gechillt Uhu No stress Das ist nichts wichtiges Einfach hier weiter gehen Hat es nicht auch Spaß gemacht Als diese Plattform in die Feuergrube hinabglitt Und ich sagte Bis bald Und sie rief Und ich dann wieder Wir haben doch nur so getan als ob Das war toll Ja schön Ist da jemand Äh Jetzt Gut 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 Lass mich hier durch Bitte 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 Jo Ja 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 Wir haben hier voll den Dreh raus Würde ich mal so fast behaupten Allerdings ist es mir jetzt gerade Ah da Oh nein Nein Danke fürs Gespräch Äh Ich muss nach da oben Ja Gut Das hätten wir Das wäre geritzt Juhu Nein Das ist nichts geritzt So Jetzt aber ist alles geritzt Boah Ist das geil Aber Aber Wir Achso Muss ich jetzt Okay Achtung Wir müssen jetzt gucken Dass ich Irgendwie Darüber komme Achso Haja Haja Ist klar Blau Muss dahin Muss dahin Nein Nein Verrasche Alter Nie Jetzt darf ich alles nochmal machen So Gut Blau ist hier Das heißt Blau muss einen Tick weiter nach oben Hier hin We are on the other side Ah ja Ist klar Ha ha Ausgefressen Hier sind Sie ganz falsch Es ist nicht sicher Es ist noch nicht zu spät Zum umkehren Ich bin nicht raus Geht sie einfach wieder zum Testbereich So Das darf ich Alter Verwirrung pur So Achtung Wir gehen hier drauf Und von da muss ich dann Wohin? Ajo Ajo Ist ja bobo Ne Irgendwie muss ich da hinkommen Das heißt Äh Einmal so Einmal so Einmal da hin So Äh Da machen wir das so Gut Äh Jo Ah nein Was tu dir So Hahaha Ähm Scheiße Habe ich versaut Hm Nicht ganz So Ich glaube hier muss ich gar nicht hin Oder doch Äh Hm Es ist irgendwie komisch Wenn man darüber nachdenkt Irgendwann können wir darüber lachen Und lachen Und lachen Oh man Ja Kommen sie noch einfach zurück Achtung Uah Ja 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 Ey Ich schwör Leute Ich bin grad so konzentriert Und hab so wenig Plan Lola Dater Okay Okay Wo geht's hier hin Äh Muss ich da durchkrabbeln Zurück Und hier geht's lang Richtig Hallo Ja Ja Und wie Mädels Komm ich jetzt wieder zurück Ah was Ah was Ah was Hayo Pfff Ist loko Alles klar So Wir gehen erstmal Achtung welche Tür öffnet sich Die da hinten Um die Ecke gehen Ja 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 Schön Der nächste Bitte Oh man Ja Verzeih mir bloß Und nun Wir kommen hier wieder raus Das ist eine gute Frage Ah Okay Äh lol Lol Ah Sie sind kein guter Mensch Das wissen sie oder Gute Menschen Landen nicht hier Hören sie mich Ja 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 Ich höre euch alle Das ist halt alles Äh So Okay Wir sind wieder hier drauf Ähm Von da kann ich dann rüberspringen Oder Ich muss Rüberspringen Uah Jop Gut Leute Ich würde sagen Ich habe einen sau trockenen Mund Und ich würde sagen Ciao Bis zum nächsten Mal Euer Basti Bis dann Yo